Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute das Leben von Ingo Kantorek. Tragischer Autounfall. Köln 50667 Star Ingo Kantorek stirbt mit 44 Jahren. Es ist ein Schock für viele Fans. Ingo Kantorek ist tot. Der beliebte Köln 50667 Star und seine Frau starben in der Nacht zu Freitag bei einem tragischen Autounfall. Von Anfang an stand er für Köln 50667 vor der Kamera, zählte zu den beliebtesten Darstellern der RTL 2 Serie. Jetzt ist Ingo Kantorek tot. Wie die Polizei der Stuttgarter Zeitung bestätigt, starb der Schauspieler in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Autounfall auf einem Rastplatz. Ingo Kantorek saß auf dem Beifahrersitz, seine Frau am Steuer. Der Susanna Kantorek habe beim Einfahren auf einem Parkplatz aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. Das Auto war ungebremst in einen parkenden Lastwagen gerast. Der Schauspieler erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Seine Frau starb kurz darauf im Krankenhaus. Kurz vor dem tödlichen Unfall hat sich Ingo Kantorek noch an seine Instagram-Follower gewandt. Er und seine Frau waren gerade auf dem Rückweg aus dem Urlaub und hatten auf einem Rastplatz angehalten. 17 Stunden ist es jetzt her, dass er über die Story-Funktion zu seinen Fans sprach. Er erklärte gewohnt humorvoll, dass er und seine Liebste gerade mit einem Fressflash für 30 Euro Fastfood gekauft haben. Ingo Kantorek verabschiedete sich mit den Worten, jetzt geht es weiter Richtung Heimat. Wenig später, kurz vor einer weiteren Rast, muss sich der Unfall ereignet haben. In der Heimat ist das Paar nie angekommen. Die beiden hinterlassen Dennis, den Sohn von Susanna, für den Ingo wie ein Vater war. Kantorek ist seit der ersten Folge von Köln 50667 dabei. Die Reality-Soap wurde im Jahr 2013 zum ersten Mal ausgestrahlt. Es spielte dort mit einer kleinen Unterbrechung 2015 die Hauptrolle des Alexander Kowalski. Gemeinsam mit anderen Prominenten wie Mola oder TV-Koch Nelson Müller hat er das Musikprojekt Freedom gegründet, das Menschen in Not unterstützt. Auch RTL trauert um Ingo Kantorek. Köln 50667-Produzent Felix Wesseler sagte nach RTL-Angaben, wir sind geschockt und voller Anteilnahme und können selber noch nicht richtig fassen, was passiert ist. Nach Angaben des Senders kamen Kantorek und seine Frau gerade aus dem Urlaub. Aus bisher unbekannten Gründen war die 48-Jährige, die am Steuer saß, in der Nacht zum Freitag beim Einfahren auf dem Parkplatz nahe Sindelfingen mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, prallte das Auto zunächst gegen eine Betonwand und krachte dann in einen parkenden Sattelzug. Der Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Der 44-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut der Polizei noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte seine Frau zunächst ins Krankenhaus, wo sie dann am Morgen starb. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer, der am Unfallzeitpunkt in seiner Kabine geschlafen hatte, wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall an der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kommen konnte. Unklar war zunächst, ob die Frau zu schnell gefahren war. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Seid ihr auch so betroffen? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt auch mal eure schönsten Erinnerungen an ihn in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017